So, ich möchte euch heute zeigen, wie man in GeoGebra das Auflösen oder das Lösen einer Gleichung kontrollieren kann. Und dabei möchte ich nebenbei zeigen, warum es besser ist, wenn man die Reihenfolge beim Auflösen eben so vornimmt, wie ich es euch beigebracht habe. Also, wir nehmen erstmal eine ganz einfache Gleichung und wir überlegen, wie wir sie lösen müssten. Und ich habe hier mir eine rausgesucht, die lautet 2x plus 4 ist gleich 6. Gut, ist jetzt nicht so sonderlich schwer, aber wir gehen wieder so vor, dass wir überlegen, wie ist meine Variable x hier verpackt. Ich möchte ja, das war falsche Transparenz, dann nehmen wir mal einfach einen Stift. Also, mein x, das möchte ich bestimmen und das x ist ja verpackt. Unter anderem müsste ich, wenn ich jetzt für x eine Zahl einsetze, ja zuerst mal dieses 2 mal x rechnen. Und der nächste Schritt wäre, dass ich dann plus 4 rechne. Kurzes Beispiel, nehmen wir an, x wäre gleich 10, dann müsste ich erst rechnen 2 mal 10. Das wäre 20. Und dann kommt die Strichrechnung, dieses plus 4, dann wären wir bei 24. Also, x gleich 10, das sehen wir gleich, ist schon mal keine Lösung. Und wenn ich das jetzt hier mir klar gemacht habe, weiß ich, dass ich, wenn ich x bestimmen will, ja zunächst mal dieses hier entferne. Also muss ich folgende Äquivalenzumformungen vornehmen, nämlich minus 4. Und das würde ja dann bedeuten, dass ich auf der linken Seite und auf der rechten Seite jeweils 4 abziehe. Wir schreiben das schön ausführlich hin. Wenn wir es erstmal jetzt nicht mit extra Farben machen, ist es auch nicht schlimm. So, und vereinfacht wäre das dann 2x ist gleich 2. So, nächster Schritt zur Umformung. Das wäre dann, hier habe ich ja noch mein 2 mal x und dann muss ich das mal 2 entfernen, also geteilt durch 2 rechnen. Und dann hätte ich geteilt durch 2 auf der linken Seite und geteilt durch 2 auf der rechten Seite. Wie ich euch schon gezeigt habe, ist es sinnvoll, so ein geteilt eher mal umzuschreiben. Wenn es einem nicht so ganz deutlich ist, dann hätte ich nämlich 2 mal x mal den Kehrwert oder den Kehrbruch, also mal 1,5. Und hier drüben 2 durch 2, das lässt sich ja direkt rechnen, es gibt 1. So, und dann hätte ich hier 2 mal 1,5 mal x, also 1 mal x, also x ist gleich 1. So, das werden wir jetzt mal in GeoGebra nachvollziehen. Ich wechsle gerade mal das Eingabegerät. Ja, also GeoGebra, das CAS, das Computer-Algebra-System, das kann eben dieser Äquivalenzumfang nachvollziehen. Ich habe oder werde in einem extra Film das auch nochmal erklären, wie man das CAS anzeigt. Ich werde euch aber auch ein Arbeitsblatt vorbereiten. Wer GeoGebra zu Hause hat, der kann natürlich auch das nutzen. Müsste dann hier im Menü Ansicht das CAS anwählen und alle anderen deaktivieren, denn die braucht man hier nicht. So, und in die Eingabezeile tippe ich jetzt die Gleichung ein. Und wenn ich die Eingabe-Taste, die Return-Taste, also drücke, passiert erstmal nichts, außer dass das mal ersetzt wird durch ein Leerzeichen quasi hier. Ich habe dem GeoGebra-CAS jetzt nichts gesagt, was es damit machen soll. Es übernimmt es einfach, es kontrolliert, ob es irgendein Fehler ist bei der Eingabe, aber das ist wohl richtig, denn es beschwert sich nicht. So, wenn ich jetzt die Äquivalenzumformung vornehmen will, nehme ich diese Gleichung wieder und muss, zum Beispiel, indem ich hier draufklicke, muss vorne und hinten um die Gleichung herum eine Klammer einsetzen. Man sieht jetzt, ich habe eine Klammer getippt, die ist jetzt rot, weil eben die öffnende Klammer fehlt. Und wenn ein passendes Klammernpaar vorhanden ist, dann ist das auch richtig. So, und außerhalb der Klammer schreibe ich dann die Umformung ein, die Äquivalenzumformung, in diesem Fall also minus 4. Und das ist eben das Zwischenergebnis, was wir hier hatten, hier drüben. 2x ist gleich 2. So, kleiner Trick, anstatt erst das Ergebnis anzuklicken, setze ich zuerst mal eine Klammer hin. Ich mache die öffnende Klammer und da wird automatisch die schließende ergänzt. Der Cursor steht jetzt hinten drin. Ich klicke hier das Ergebnis dieser zweiten Zeile an und dann steht das direkt da hinten drin. Das geht ein bisschen schneller. So, und dann geteilt durch 2. Vorsicht, das da wäre jetzt falsch. Ich muss dieses da nehmen, dieses Symbol. Das ist das Symbol, was auf der 7er-Taste drauf ist und was ich dann mit der Großschreibe-Taste plus 7er-Taste bekomme. So, geteilt durch 2. Das ist auch das gleiche Symbol, was auf dem Taschenrechner zu sehen ist, wenn ich geteilt rechne. So, und dann komme ich tatsächlich auf das Endergebnis. So, das ist also so, wie wir es gemacht haben und so, wie ihr es gelernt habt. Jetzt fragen viele häufig, warum muss ich denn auf die Reihenfolge achten? Kann ich nicht zuerst durch 2 rechnen? Und das wollen wir im Prinzip mal kontrollieren und mal gucken, ob das funktioniert, beziehungsweise warum es eben nicht so sinnvoll ist, anders anzufangen. So, die Gleichung schreibe ich jetzt nochmal ein bisschen, nochmal hier hinten dran hin. 2x plus 4 ist gleich 6. So, und man käme ja jetzt auf den Gedanken, dass man sagt, okay, ich will ja an das x heran und muss alles entfernen, was um das x herum steht. Das ist ja einmal hier das 2 mal und das plus 4. Wir haben hier mit minus 4 angefangen, um das plus 4 zu entfernen. Warum? Wegen den Rechenregelnpunkt Verstrichrechnung und von außen nach innen das eben rechnen. Was wäre denn, wenn ich jetzt mit geteilt durch 2 anfange? Die Frage ist, was käme dann raus, wenn ich diese Umformung durchführe? Jetzt könnte man sagen, naja gut, 2 mal x, ich teile durch 2. Also tue ich auf der linken Seite dann einfach x plus 4 hinschreiben. Und rechts muss ich ja auch durch 2 teilen, 6 durch 2 sind 3. Ja, auch wenn man es jetzt ordentlich macht, oder ich schreibe vielleicht mal tatsächlich nochmal eine Zwischenzeile hin. Also das ist das, was ich jetzt hier gemacht habe und dann kann ich ja weiter fortführen. Im Grunde genommen sieht man jetzt schon, dass wenn ich jetzt hier nach x weiter auflösen würde, dass da eine andere Lösung für x raus käme. Ja, nämlich, ich muss ja dann minus 4 rechnen und dann käme hier x ist gleich minus 1 raus, also eine andere Lösung. Und wir führen hier gerade nochmal die Probe durch, zur Sicherheit, dass wir hier keinen Fehler hatten. Probe. 2 mal 1 plus 4 ist gleich 6. Es gibt 2 plus 4 und 6 ist gleich 6. Also stimmt das und damit ist die Lösungsmenge tatsächlich für x der Wert 1. So, hier käme, wenn ich es so machen würde, der Wert minus 1 raus als Lösung und das kann ja nicht sein. Also gucken wir mal, was ist denn jetzt hier falsch? Und das ist auf jeden Fall falsch. Und da hilft uns im GeoGebra, denn das ist absolut bestechungsfrei und macht auch keinen Fehler, wenn ich es richtig bediene. Ich hole mir nochmal die Gleichung von oben und mache jetzt das, was ich hier eben rechnen wollte, nämlich geteilt durch 2 rechnen. So, was kommt raus? Wir vergleichen es mal kurz mit dem, was wir hier hatten. Da haben wir ja gesagt, es wäre x plus 4, ist gleich 3. Was ist unterschiedlich? x ist okay, aber hier steht plus 2. Das ist gleich 3, ist auch richtig. Ja, was muss ich machen oder was ist der Fehler gewesen hier? Ich habe ja hier nur den ersten Summanden durch 2 geteilt. Den zweiten, den habe ich gelassen. Ja, und das ist eben genau der Fehler. Viele denken dann wahrscheinlich, ich mache das ja so hier drüben auch. Ich rechne ja nur einmal. Ich rechne ja hier nur einmal minus 4 und hier auf der rechten Seite auch nur einmal minus 4. Aber wenn ich hier nur einmal durch 2 teile, wird es ja falsch. Tatsächlich muss ich, wenn ich das hier durchführe, wenn ich also von hier oben diese Äquivalenz umformen oder durchführen will, müsste ich folgendes machen. Moment, einmal gerade ein bisschen mehr Platz schaffen. Also, x mal 2 durch 2 und auch 4 durch 2. Dann hätte ich das richtige Ergebnis. Nämlich x plus 2 ist gleich 3. Ja, es erscheint jetzt so ein bisschen komisch. Ich muss zweimal durch 2 teilen, aber ich darf doch, oder ich soll doch nur jede Seite einmal, oder ich soll auf jeder Seite nur einmal diese Operation anwenden. Nicht zweimal, oder? Tatsächlich ist das jetzt vielleicht nicht die optimale Darstellung, sondern ich könnte ja auch eben das Ganze anders schreiben und sagen, ich habe mein 2x plus 4 und wende einmal das geteilt durch 4 an. Nur, wenn ich es so hinschreibe, hätte ich ja Punkt-vor-Strich-Rechnung. Das heißt, nur die 4, äh, was erzähle ich hier? Moment. Nicht durch 4, sondern natürlich durch 2, so rum. Wenn ich das so habe, müsste ich ja nur die 4 durch 2 rechnen, aber ich muss ja tatsächlich die gesamte linke Seite durch 2 rechnen. Und das kriege ich nur hin, wenn ich eben hier eine Klammer setze. Auch hier ist eben wichtig, die Rechenregeln zu kennen, Punkt-vor-Strich-Rechnung. So, warum klappt das hier drüben? Nur, es einmal anzuwenden. Im Prinzip ganz einfach. Ich habe nämlich hier drüben ein Summanden, noch ein Summanden und noch ein Summanden. Ich habe drei Summanden, die gleichwertig sind. Summand, Summand, Summand. Dass diese eine Summand halt noch ein Produkt ist, das ist nicht so wichtig. Aber die kann ich beliebig umstellen. Die sind gleichwertig zueinander. Während hier diese geteilt durch 2 eben nicht gleichwertig mit den anderen Rechnungen hier ist. Und dadurch kommt es eben zum Problem. Wenn ich jetzt hier weiterrechne, jetzt an dieser Stelle, was müsste ich machen? Ich müsste minus 2 rechnen. Und dann hätte ich x plus 2 minus 2 und 3 minus 2. Und x ist gleich 1. Das Ergebnis ist in beiden Fällen das gleiche. Ich kann also tatsächlich auch anfangen, hier durch 2 zu rechnen. Das Problem ist nur, dass ich hier sehr leicht Fehler machen kann. Ich muss eben hier bedenken, dass sich jeder Summanden rechnen muss, durch 2 rechnen muss. Und so ein Fehler kann nicht auftreten, wenn ich schon von vornherein hier die Rechenreihenfolge beachte. Und dann passiert mir das einfach nicht. Also, es geht durchaus andere Wege. Ich kann auch zuerst durch 2 teilen. Aber dann muss ich schlau genug sein, dass ich eben hier beachte, dass ich auch tatsächlich die gesamte linke Seite durch 2 teile. und nicht nur, wie ich es hier gemacht habe, den vorderen Teil. Den vorderen, also den ersten Summand. So, und da das eben hier drüben etwas sicherer ist, das linke Verfahren, würde ich auf jeden Fall raten, das linke Verfahren zu verwenden, so wie ich euch das beigebracht habe, und auf dieses hier drüben zu verzichten. Es ist einfach der sichere Weg. So, weitere Übungen zu diesem Thema könnt ihr auch immer in GeoGebra durchführen. Ihr könnt jede Gleichung und jede Umformung hier betrachten. Ein kleiner Tipp übrigens noch, wenn ihr nicht so sicher seid, wie es funktioniert, könnt ihr euch eine Gleichung auch von GeoGebra lösen lassen. Und zwar gibt es hier auch dieses da, eine Lösung einer Gleichung zu bestimmen. Ich habe also hier die Gleichung hinkopiert in die Eingabezeile und dann den Lösebefehl, das Lösewerkzeug verwendet. Und dann kommt hier in Klammern, in geschweiften Klammern, x gleich 1. Wir schreiben es ein bisschen anders, hier drüben. Es liegt aber daran, dass GeoGebra eben auch bei Gleichung mit mehreren Variablen damit umgehen kann. Und deshalb wird das hier nochmal konkret hingeschrieben. gu Sindsichrod口